So, willkommen zurück zu Sea of Billions. Wir sind immer noch auf der einen Karte, bei der es mich vor zwei Folgen oder so komplett überrannt hat. Ähm, kurz schauen. Wir machen mal da. Hier brauchen wir dich nicht mehr, hier brauchen wir dich nicht mehr. Hier sind keine gefährlichen Dinger aus dem Meer. Da, da, da. Da ist einer von Pause. Ähm, ja, kann sein. So, sehr schön. Passt alles gut. Gut. Moment. Woa. Woa, woa, woa. Wo, was wir relevance. Woa. Und du läufst mal schön. Da hoch und du auch. Okay, ihr schnell in den Turm. So, Pause. Wir haben ein wenig Geld und Soldaten ran. Meine Güte, das läuft gerade nicht so gut. Meine Soldaten sind echt nicht die Stärksten. Da da da, da da. So, jetzt hier mal noch ein bisschen was davon. Eine Kaserne. Eine weitere. Ach Gott, eine Schreinerei wollte ich da auch noch. Oh Gott. Komm. Kein Geld. Kein Geld. Kein Geld. So. Ein Turm. Schreinerei 500 Gold. Gebt mir das Gold. Gebt mir das Gold. Hier. So. Ab hier rein. ich erwarte höchst leistungen von euch es fehlt in energie ok energie energie ok den mal kurz weg den brauch ich vermutlich nicht wahrscheinlich den hier aber auch nicht schnell eine windmühle bauen dass wir wieder in energie kommen das kostet mich wieder zeit so jetzt damit haben wir wieder ab weiter Hütte und Farm. So, jetzt brauchen wir bald Soldaten. Guck mal, ob ich hier noch ein paar zusammen locken kann. Okay. 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 So, kurze Pause. Jetzt erstmal hier reparieren. Meine Güte, das läuft überhaupt nicht. Deaktiviert, warum? Laufen lassen. Schreinerei. Farmen erforschen geht gerade nicht. So. Gut. Dahin, dahin, dahin. Pause. Gold. Okay, am Gold fehlt es. Hier fehlt es auch am Gold. So. 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 Pause, ist das jetzt aktiviert? Und ja, es fehlt an Arbeitern. Ach man. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Einmal da. Einmal da. Da, da. Da, 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 da. Immer schön im Kreis hier rum. Pum, pum, die Welt rum. Alles gut, alles gut. Pause. Tesla, da fehlen wieder die Arbeiter. Pause. Gut, das steht jetzt. Wieso? Das ist doch scheiße hier mit den Arbeitern. Gut, ähm, da, da, da. So, Pause. Wir haben genug Arbeiter jetzt ab. Fehlt es an Energie? Okay. Ah. Gut. Da. Eine Windmühle. Und. Achso. Da fehlt uns wieder das Geld. Gut. So, kurz Pause. Ach, wir haben keine Energie. Doch, wir haben Energie irgendwoher. Ja. Da, 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 da. Viele kleine Units. Die laufen auf und ab. Die laufen auf und ab. Bis uns mal der Jäger holt. Und das war schon knapp. Bis uns mal der Jäger holt. Gold. So, Nahrung. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Was fehlt an Gold? Schöne. Und da war' ich nicht so wieder. Dann die sind nur geblieben. So, natürlich. mal alles hier schön zurück. Wir bauen uns jetzt mal hier einen Turm hin. Pause. Jetzt muss es aber doch reichen. Jawohl. Wir bauen einmal da etwas hin. 33. Okay. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. 22. Komm. Da kommt noch ein Tesla-Turm hier hin. Einer da hin. Einer da hin. Und das war es schon wieder. Nahrungsmittel haben wir noch ein paar. Achso. Ende für diese Folge. Tschüss. Ciao. Bye. Bye. Bis zum nächsten Mal. Ciao.